Immer wenn ich im Trank höre, denke ich an meinen Kühlschrank. Und in meinem Kühlschrank habe ich ein Viertel von Fellwurst. In meinem Kühlschrank habe ich ein Viertel von Fellwurst. Und klar, das gibt nachher ziemlich großen Durst. Das ist klar, das gibt nachher ziemlich großen Durst. Und kurz danach habe ich auch noch ein Kästchen Bier im Haus. Das trink ich nachher ganz alleine aus. Darum liebe ich auch meinen Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank-Funk. Der Kühlschrank-Funk. Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die Kamera, die wir gerade haben.